Abwehr, Abwehr, Zauber, Vollheilung, Jessica. Ich muss jetzt in Abwehrstellung gehen, damit ich heilen kann, weniger Schaden austrage. Das ist die gemeinste Antacke. Er lebt noch, aber... Ah, riskiere ich es, riskiere ich es nicht, wisst ihr, warte, ich riskiere es jetzt einfach. Beten, Gepäck, Beten, Gepäck, Beten, Gepäck, Beten, Eins, Jessica hat, Angela hat, er kann sterben. Flash hat, Drei, Cengiz, komm. Ja, Nummer Vier, also Drei haben wir schon. Nummer Drei ist schon da. Ah, jetzt trifft er bestimmt. Angelo. Oh, oh. Ah, kabumm, zwei sterben, shitter. Dann machen wir das so, Zauber. Neue Chance Angelo. Gepäck. Benutzen. Kehrt ins Leben zurück. Er ist, und er kriegt gleich Leben direkt. Ah, kabumm. Ich muss sie ins Leben zurückholen. Oh, hau doch ab, ey. Dann machen wir das so, dann machen wir jetzt... Ähm... Abwehr. Gepäck benutzen. Angelo, Zauber. Hol mal direkt Jessica wieder. Von den Glätenstein könnte ich noch mehr haben, das wäre eigentlich ganz geil. Mit uns Mana sparen ohne Ende. Das blöde war, ich hab... Dieses Ding hat uns Mana gefressen am Anfang. Irgendwas hat geblockt. Oh, nee. Das wird wehtun. Aua, nicht nochmal auf... Aua. Ähm. Zauber. Mega-Haltung. Abwehr. Abwehr. Ne. Fertigkeit. Auch noch eine Mega-Stärkung. Eine Beschleunigung. Und eine Mega-Stärkung. Dann kann ich eine Runde wieder überleben und den nächsten rufen. Das heißt, drei haben wir jetzt schon. Fehlen uns noch vier. Total mies, der Boss. Ich finde total mies gerade. Na gut, die erste Runde habe ich versaut. Das heißt, ich kann auf ihm... Sterben werde ich auf jeden Fall. Alles, was ich aufgebaut habe, ist weg. Bitte auf Cengiz? Na, vielleicht... Er kriegt mehr Schaden. 81, okay. Ich würde aber beten jetzt. Kämpfen, Gepäck. Beten. Kämpfen, Gepäck. Nicht benutzen da. Beten. Gepäck, beten. 1, Angelo hat. Aber jetzt wird es wehtun. Jessica hat. Flash hat. Komm, Cengiz. Cengiz hat auch, alles klar, vier Stück. Ähm... Ähm... Nee. Wir haben den 5, uns gleich auch. Ich hoffe jetzt nur aufs... Auf totale Glück. Beten. Beten. Okay, Angelo ist immer der Erste, weil der totale Flinkheit hat. Jessica, okay. Flash hat. Fein. Akzeptabel, okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir haben 5. So, jetzt machen wir das ganz einfach. Ich hab jetzt nicht mehr so viel Mana. Äh... Zauber. Mega Heilung. Abwehr. Abwehr. Schleunigung. Beschleunigung. Zauber. Mega Steckung. Das ist der Ansefall, die wir machen können immer. Zwei fehlen uns noch. Oh, tot. Die Animation dazu. Oh, my God. Oh, my God. Ist total OP, die Heilung. Aber geil. Nächster Rund geht's ans Beten wieder. Gepäck. Nee. Nicht benutzen. Beten. 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 Ah, okay. Angelo darf sterben. Obwohl er auch nicht sterben darf. Das ist kacke, weil der die einzige Wiedergeburt noch hat. Nummer 6. Teil bitte auf Cengiz noch. Danke. Ah, shit. Das war kacke. Das war nicht geil. Obwohl. Äh. Wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt nochmal. Beten. 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 Wenn der drauf ist, müssten alle sieben da sein. Sind alle da, ne? Ja. Scheinen alle sieben da zu sein. Da haben wir es. Aufgefüllt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. ist jetzt angefressen. Das ist jetzt angefressen. So, jetzt geht der dicke Angriff los. Hof. Zack. Zack. Jessica. Fangen wir mit ne. Schleunigung an. Jetzt hab ich nur was für dich. Hier. O.P. Antacke Oh mein Gott, nein Ein meiner Haupthealer ist tot Ah ja, wir haben noch Cengiz, unser Tankhealer, unser Paladin Blende ist auch ne Abducer Hier, friss, ey, ganz ehrlich Friss die Kacke und stirb Nehme mal ne Runde davon Ach auuuuuff Äh Jetzt gefickt er Cengiz gepäck Benutzen Jessica, haut man noch ne Beschleunigung rein Ach drauf, nice Fadam Total mana-spannter Style Endlich zwei oder drei Stück davon Würde ich den durchgehend einsetzen Könnte es auch Machst du locker 400 Oh, der totale Ausgleich hier Super Alle Einflüsse sind wieder weg Das heißt, ich brauch nur Heelen und Angreifen Das anders lohnt sich, glaub ich, bei dem gar nicht Ähm Was halten wir hier nochmal? Cengiz hat doch bestimmt noch mal im Gepäck den leerten Stein Na hier Und Angelo Angelo, Angelo 100, 100, 100 Das ist eigentlich ganz... Ja, okay, shit Ich wollt eigentlich den normalen... Also den schimmernden Schuss machen Okay, kriegt auf jeden Fall Schaden davon Aua Gut, ich hab eh nichts eingesetzt Boom Geleerten Stab Es wird nur wehtun Aber ich werd Dann auch beides einsetzen Zwei mal wieder Gut, okay, ich hab ja not Ich hab ja nicht